So, hallo und willkommen zurück zu Bullshit-Episoden. Ich würde sagen, zum allerersten Mal, würde ich jetzt mal sagen, gehen wir hier ins Holy Land. Wenn es geht. Holy Land, please work. Let me feel you. Ich möchte unbedingt Holy Land haben. Ja, nee, doch nicht. Wie viel, glaubst du, brauchen wir da? Weiß nicht. Ich möchte, weil die Musik, die Musik. Ich weiß. So awesome. Warte, wie müssen wir mitkommen noch? Wohin? Hoop, John. Nicht unbedingt, ich möchte noch in ein paar Sachen einzortieren. Aus jedem Grund kann ich keine Uge machen. Stand, wo ich, ich weiß nicht, wie man die macht. Vielleicht am Sägewerk. Ja, du hast recht gehabt. Ah. Mein Sägewerk, oder? Ich kann eine Grandfather Clock machen. Ja, die meine ich. Ja, am Sägewerk. Wo stellen wir sie auf? Ja, wir sollten mal einen Anbau machen, vielleicht. Hey, wir sind in dem Bullshit der Besuchung. Wir können alles machen. PvP? Wollen wir eigentlich jetzt unser Schloss bauen. PvP? Nee, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Noch nicht. Äh, Patrick. Äh, wollen wir unser Candyland bauen? Ach ja, stimmt. Ja! Das Candyland kann eigentlich jetzt auch stehen. In Entstehung kommen. Vielleicht nur umbringt heute. Ich spüre. Ah, du, heute dauert noch lange. Ja, ich weiß, aber du, schau her. Es ist jetzt. Es ist jetzt 20 vor 1. Die 20 Minuten nehmen wir jetzt noch auf. Nur? Und dann, ja, alter, ich muss pennen. Nein, musst du nicht. Doch, muss ich. Nein, musst du nicht. Kann ich Holyland eine Jahrhunderte in der Corruption platzieren? Probier's. Damit die Welt ein besserer Ort wird. Und geile Musik hat. Fuck, fuck. Ja, ich hab grad einen Holyland-Block gesetzt. Mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich wieder aufgefressen. Ja, oder er breite sich aus. Er wird wahrscheinlich auch. Er wird ziemlich fix aufgefressen. Ja, ich mein, komm, wir haben sie dicke. Irgendwie nicht, weil die ganzen Platin-Münze sind komischerweise weg. Oh, ich vergesse ja, der Eater ist jetzt auch wesentlich stärker. Oh, das ist ein Corruptor mittlerweile. Alter, wie stark die Dinge alle sind. Nein, es gibt das Corruptor und Eater. Ein Slimeling. Ja. Oh Gott. Das erste Mal, dass ich wirklich so intensiv hier mitspiele. Und ich hab die gute Rüstung an. Oh Gott, ne ich schon wieder. Wo ist meine Maus? Da. Pass auf, Gregor. Wir gehen jetzt mal in die Hölle runter. Und holen noch ein bisschen mehr Hailstone. Für Tools? Ja. Okay. Wir brauchen nämlich die, ähm, Fire Replicacks. Okay, aber ich läse mir eventuell nochmal extra aus, ne? Ne, ne. Ich hoffe, meine Rüstung ist nicht schwäch. Aber weil ich das oben drüber trage, weißt du, kannst du mit dem Mikrofon. Und was mach ich einfach? Ich stelle die Uhr jetzt erstmal hier irgendwo auf, ne? Ich sehe sechs, oder? So, es ist... Zehn Uhr. Ja, halb elf. Warte, ich sollte mir nicht in der Tat... Ah, das freut mich so aus. Huh. Und wenn, dann müssen wir mit Kobold anfangen. Reihenfolge beachten. Das ist das Rohrzeug. Warte, hörst du kurz auf mich. Ich wollte eigentlich nur kurz mal die Metallöffnung, um den Feuereffekt zu haben. Die Musik ist jetzt auch anders. Bisschen, ja. Ah, Kristalle. Die können wir noch nicht abbauen, oder? Doch, sicher. Mit normalen Hammer. Oh. Und die brauchen wir auch, für Waffen und Munition und so weiter. Gut, du machst das. Ich sammle weiter, äh, Hellstone. Weißt du ungefähr, wie wir brauchen? Ja, ziemlich viel, sagen wir es so. Für zwei Stück Pickhacks, oder wie? Jo. Kostet, glaube ich, 35. Also, Baran. Oh Gott, Excalibur. Der Schwert? Nein, das Enchanted Sword jedenfalls. Also, das ist das fliegende Schwert, oder? Ja, das fliegende Schwert. Das sind ja vergleichsweise zu diesen Chaos-Elementen, extrem leicht. Du wolltest es so haben. Alter, komm. Kann ich jetzt nicht sehen. Weine nicht, wenn der... Ein Darmbruch, Darm durchbricht, Darm, Darm. Wenn der Regen fällt, wollte ich... Ich wollte es uns spätestens, ich will es mal das Original singen. Oh. Ich habe hier gerade S-Blocks. Äh, Ash-Blocks. Der S-Block. Ach, du bist da hinten, warte mal. Ich bin hier unten. Ja, ich sehe dich gerade. Aua. 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 Wenn du nichts nett ist, über jemanden sagen kannst, dann erfüllen da einfach etwas. Sehr sozial. Wie spiksen die da. Süß. Oh, ich finde das toll, dass die jetzt Wollflopfen sind. Komm, komm, einsetzen. Sorry. Bist du gerade ungefallen? Nein. Das Mikrofon, ja, ich nicht. Wow. Ich rutsche nämlich auf den Sessel hier immer weiter unter den Tisch. Okay. Oh, was hat er dich eingesperrt? Äh. Niemand hätte je etwas gewollt. Ich habe inzwischen übrigens schon wieder 27. Okay. Okay. Hm. Kannst du den einen Block von Asche da über, damit es ein bisschen abfließen kann. Ja, warte kurz. Ah. Ah. Warte kurz. Ah Gott, so viele Mobs. Hey, nobody got time for it, so. Ah, Geld. Ah. Ich gebe dir mal alles, ne. Danke. Wir haben jetzt schon 42. Hey, ich habe gerade ne, ne. Soul of Night bekommen. Eine was? Eine Seele der Nacht. Ach so, cool. Warte, geh mal kurz da unten weg. Ja, warte. Ich muss ja die Labe da ablassen. Warte kurz. Ja, das ist vielleicht besser so. Uff. Na, da. Ja, da. Ja, da. Haha. Da. Der Feierabend ist jetzt gerade bei dir unten, ne? Ich weiß. Achtung, Vorsicht, geh weg da unten. Warte mal kurz. Ja. Darf ich irgendwann auch mal die Erde da unten abbauen? Ich wollte eigentlich gerade wieder, was denke ich, ich wollte eigentlich gehen nicht. Ich will aber schon, die da unten werden viel schneller überschwemmt. Weißt du, dass das Problem ist? Ich wollte den Block jetzt noch gar nicht weghauen. Ich wollte die Freelamos killen, aber hat er vergessen zu wechseln. Ah. Ich bin eh gleich tot, wollte ich sein. Ja, Patrick, du kannst jetzt in Ruhe abbauen. Nein, jetzt mag ich nimmer. Was ist denn der Obstl? Okay, wir haben noch ein Stück Obsidian. Ich gehe Obsidian-Farm. Ja, weißt du, wäre das es mit der Welt nicht so gefährlich geworden, hätte ich das eh gesagt. Was? Na, Obsidian-Farm. Na, oh nein. Well, you know. My Mama said's always life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Weißt du, wenn ich jetzt richtig, wenn ich mal nicht aufstimme, würde ich sagen, gut, wir suchen jetzt die Nacht durch. Wir zocken das Game jetzt durch. Über Nacht. Aber das geht ja nicht mehr. Ja, leider. Hätte ich das früher gewusst. Jung, ich sag dir. Warum musst du Spacke auch shoppen gehen? Was ist das? Gregor, 35 mal 4. Rechne einfach 70 mal 2. 70 mal 4. Nein. Nein, wir brauchen nämlich 2 von denen. Wir brauchen insgesamt 70 Stücke. Man, oh man, life's getting difficult. 82 Stück White Earth brauchen wir. Was sind die nix stärkere Rüstung eigentlich? Kobalt. Ja, dann müssen wir das Shit farmen, bis wir nicht mehr stehen können. Als erstes gehe ich mich heilen. Gib mir deine Heilung, Frau. Dankeschön. Bist auch nicht mehr ganz frisch, he? Ja, es geht. Ich halte mich gut. Was zum... Ist das Corruption? Ja, das ist die breite sich jetzt aus. Ja, aber noch nicht hier an meiner Hausecke. Was ist bitte mit dem Heiligen Land? Hi, Pixi! Pixi, 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 Pixi. Ja, ich hab Pixi. Noch ein Pixi! Noch Pixi, 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 Pixi. Yay, Pixi! Let's... Alter, das ist ein Mini-Chutulu. Bird. Das ist ein reiner in den Eier, oder? Ja. Ja. Und ist das Heilige Land eigentlich von der Korpschung geschützt? Nein. Nein, das wird ein ewiger Kampf sein. Hat dich so eine fliegende Schildkröte erwischt? Junge, ich sag dir, ich hab das Ding nicht gesehen. Die Dinger sind süß. Ist das eh so? So, back zum Business. Aber die Lavaslums machen auch nur noch einen Schaden. Ich dachte, jetzt ändert sich alles zum Guten. You have never been so wrong. Ja, und auch da stimmt die Corrupture, das Heilige Land geschluckt hier drüben. Sag ich ja. Ach, müh. Bäh. Jacqueline, lass das liegen, das ist bäh. Sehr toll, 30 fetten Augen. Und Wraith. Die Vendoring Ice ist nicht so schwer. Ja. Au, 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 au. Boah. You alright? Ja. Frauen. Oh, fuck. So hab ich jetzt hier meinen Hoden rein. Oh, fuck. So hab ich jetzt hier meinen Hoden rein. Oh, fuck. I hate it. Okay, wir müssen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen im Display, ich muss jetzt aufhören, ne? Oh. Wie man vielleicht gemerkt hat. Das Housing ist suitable, ja, dann zieh sie ein. Hast du Obsidian? No, I have Pixie Dust. Ja, toll. So, damit beende ich hier mal die erste Bonus Episode. Wer weiß, ob wir uns noch mal sehen und wenn wir uns sehen. Und zum Schluss. Ein Luftikus. Ein ehrenwettendes Gdenken an unseren verstorbenen Freund, den Pixie. Das Filet war nicht schieß. Aber das Filet war nicht schieß. Vielen Dank.